Wie du Moleküle und Atome mithilfe der Lewis-Formel darstellen kannst, zeigen wir dir in diesem Video. Los geht's! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App! In der Chemie wird die Lewis-Formel auch Elektronenformel genannt. Mit der Schreibweise kannst du die Struktur von Atomen und Molekülen darstellen. Basierend auf der Oktettregel und den unterschiedlichen Bindungsarten in der Chemie werden in der Lewis-Schreibweise auch die Bindungen zwischen den Atomen abgebildet. Für mehr Infos schau dir unsere Videos zur Oktettregel und den chemischen Bindungsarten an. Für die Bindungen sind hauptsächlich die Valenzelektronen wichtig. Deshalb besteht eine Lewis-Formel aus dem jeweiligen Elementsymbol und den zugehörigen Valenzelektronen eines Elements. Die Außenelektronen kannst du aus dem Periodensystem an der Hauptgruppe ablesen. Ein Elektron wird dabei in der Lewis-Schreibweise immer als Punkt dargestellt. Das ist der wichtigste Unterschied, um eine Lewis-Formel nicht mit einer Valenzstrich-Formel zu verwechseln. Bei der Valenzstrich-Formel werden zwei Elektronenpunkte zu einem Strich, dem sogenannten Valenzstrich, verbunden. Das ist bei der Lewis-Formel nicht so. Bevor wir nun anfangen, uns einzelne Verbindungen anzuschauen, gibt es noch ein paar Grundsätze und Eigenschaften, die du dir merken kannst. Der Wasserstoff und die Halogene wie Fluor, Chlor, Brom, Jod und Astat erreichen durch ein weiteres Außenelektron die Edelgaskonfiguration nach der Oktettregel. Deshalb wollen sie nur eine Bindung zu einem Bindungspartner aufbauen und werden als einbindig bezeichnet. Die Bindigkeit eines Atoms wird dabei durch die Anzahl an Valenzelektronen bestimmt. Beispielsweise ist Sauerstoff zweibindig. Das liegt daran, dass ihm insgesamt zwei Elektronen fehlen, um die Edelgaskonfiguration zu erreichen. Um zwei zusätzliche Elektronen zu bekommen, geht der Sauerstoff zwei Bindungen ein. Ein dreibindiges Atom wäre Stickstoff und ein vierbindiges ist der Kohlenstoff. Edelgase hingegen liegen bereits in der Edelgaskonfiguration vor und haben acht Valenzelektronen. Daher gehen sie keine weiteren Bindungen mehr ein. Es ist auch möglich, dass ein Molekül mehrere Lewis-Formeln besitzt. Wenn so ein Fall eintritt, musst du immer die energetisch günstigere Schreibweise wählen. Energetisch günstiger sind Moleküle mit mehreren Bindungen oder Bindungen zwischen verschiedenen Atompartnern. Als Beispiel können wir uns einmal die Lewis-Formel für Sauerstoff anschauen. Sauerstoff hat sechs Valenzelektronen. Um die Oktettregel zu erfüllen und damit energetisch stabiler zu sein, will Sauerstoff zwei Bindungen eingehen. Bei Molekülen gehst du so ähnlich vor. Zuerst bestimmst du die Atome und schaust im Periodensystem jeweils die Anzahl der Valenzelektronen nach. Dann kannst du deren Bindigkeit bestimmen. Daraufhin schreibst du das Atom mit der höchsten chemischen Wertigkeit in die Mitte und versuchst, die anderen mit diesem zu verknüpfen. Dabei musst du berücksichtigen, dass jedes Atom die Oktettregel erfüllt. Denke daran, dass es bei größeren Molekülen mehrere Möglichkeiten gibt, diese zu verbinden. Schauen wir uns das Vorgehen am Beispiel von Kohlenstoffdioxid an. Dieser besteht aus einem Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatomen. Wie du schon gesehen hast, ist der Kohlenstoff vierbindig und der jeweilige Sauerstoff zweibindig. Außerdem besitzt das C-Atom die höhere Wertigkeit, weshalb du es in die Mitte schreiben kannst. Du kannst jetzt den Sauerstoff so hinbauen, dass die Bindungen perfekt aufgehen. Als nächstes schauen wir uns die Lewis-Formel für Wasser an. Diese besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Der Wasserstoff hat nur ein Valenzelektron und der Sauerstoff wieder sechs. Diese binden sich nun wie folgt. Dabei kommt es zu einem Winkel in dem Molekül. Das liegt an dem sogenannten induktiven Effekt. Zu diesem Effekt findest du auch ein Video bei uns, das dir alle Einzelheiten erklärt. Das weitaus elektronegativere Sauerstoffatom zieht die Elektronen vermehrt zu sich, sodass es zu einer schwachen Polarität kommt. Außerdem brauchen die nicht an der Bindung beteiligten Valenzelektronen des Sauerstoffatoms räumlich etwas mehr Platz als die Bindungen. Als letzten, etwas komplizierteren Fall schauen wir uns noch Stickstoffmonoxid an. Dieses besteht aus einem Stickstoffatom und einem Sauerstoffatom. Das Sauerstoffatom hat sechs Valenzelektronen und möchte zwei Bindungen eingehen. Das Stickstoffatom hingegen hat fünf Valenzelektronen und möchte daher drei Bindungen eingehen. Du siehst schon, das passt nicht so zusammen. Weil die Anzahl der Elektronen für Stickstoffmonoxid nicht aufgeht, handelt es sich um ein Radikal. Es besitzt ein freies Elektron. Außerdem lässt sich die Lewis-Strukturformel von Stickoxid nicht auf eine Form reduzieren. Es kommt zu einer sogenannten Mesomerie. Bei der Mesomerie werden zwei Strukturformeln in eckige Klammern geschrieben. Diese werden dann auch als die Grenzformeln bezeichnet. Die Wirklichkeit, wie das Molekül aussieht, befindet sich zwischen den zwei Grenzformeln. Zum Mesomereneffekt haben wir auch ein Video für dich erstellt. Schau vorbei! Nun kennst du die Eigenheiten der Lewis-Formel und hast ein paar Beispiele gesehen. Viel Erfolg! Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.